Welcome to the fire, I'm the one with the fire. Hi Freunde, herzlich willkommen zum In-N-Outside-E-O-Podcast, Folge Nummer 122. Wir sind wieder eure Hosts, Jassi und Marco. Hallo. Was lachst du denn so doof? Ja, weil du wieder da bist. Die letzten beiden Male musste ich das Intro sprechen und das war jetzt schon so, ach, wie früher. So ist es eigentlich. Wie ging es dir mit dem Intro sprechen? Ganz gut eigentlich. Also mit Gast leichter wie allein. Du hast auch schon mal einen allein aufgenommen, wo ich krank war. Ende letzten Jahres ziemlich genau wahrscheinlich. Auroba Recap war das ja. Genau, selbe Jahreszeit. Und das ist schon komisch, wenn man jemanden hat zum Interagieren. Ich finde, das ist schon nochmal deutlich schwerer als zu zweit. Ja und keiner kann weiterreden, wenn der andere einfach gerade einen Faden verloren hat. Ja genau. Das ist schwierig. Ja und du nimmst da zwar die Punkte vor, die du reden willst, aber die vergesst halt dann im Fluss. Und wenn du zu zweit bist, kann nicht der andere dann immer aufgreifen und weitermachen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin wieder so einigermaßen gesund. Krank sein ist echt scheiße. Coolen Podcast habt ihr gemacht mit dem Kältereiz. Und Chris, ja? Aber gut. Ja, richtig cool. Ich glaube, als ich das letzte Mal da war, muss ich nochmal kurz erzählen, weil da habe ich ja gemeint, ich höre mir diesen Podcast von Don an zum Thema Preiserhöhung und das war nur Bullshit, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es mir angehört, ich habe dem auch versucht, eine einigermaßen faire Chance zu geben. Ich muss sagen, ich habe aber den ganzen Podcast nicht richtig verstanden, weil es einfach immer nur so ein Gewaffel war, so einfach ja ganz klassisches Business-Daher-Gerede. Ja und mit dem Geld machen wir das und machen wir das und dann tun wir Break-Even hier und bla bla bla. Aber eigentlich wirklich irgendwas zu sagen, was Hand und Fuß hatte, das hat er nicht, meiner Meinung nach, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch lege, falls es der eine oder andere vielleicht auch gehört haben soll. Aber ja, wir lassen uns überraschen, was Crosswind mit dem Geld anstellt, so richtig mit der Kommunikation, ja, man hätte es besser machen können. Ja, ich habe auch nur so Zusammenfassungen davon gehört und da war auch so, dass klar, sie haben gesagt, was sie mit dem Geld machen wollen und wie sie es brauchen, aber sie haben halt nicht rausgestellt, was der Benefit für die Affiliates ist, die mehr zahlen sollen. Ja doch, dass sie jetzt mehr Leute in die Tür reinbringen und O-Ton, sie wollen halt, dass wir alle am Ende vom Jahr mit ganz, ganz, ganz viel Geld nach Hause gehen. Aha. Ja. Das hat die letzten, wie lange gibt es Crosswind, 20 Jahre, schon bedingt funktioniert. Ja, aber ansonsten halt, das was wir auch schon gesagt haben, vielleicht mehr Geld investieren in Ausbildung von Trainern und solche Sachen. Also es klingt ja immer ganz nett, machen sie auch so, aber ich fand einfach, es hat ein bisschen wenig Hand und Fuß, das viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ja, so Business-Geschwafel, wie man so schön sagt. Ja, genau. Ja, so viel zu dem Thema. Na gut. Jetzt ist ja, morgen ist ja Weihnachten, wenn der Podcast rauskommt. Das heißt, euch allen schöne Weihnachten. Das stimmt, ja. Ich war gerade total irritiert, weil ich so, hey, morgen ist Weihnachten, ist doch gar nichts. Ja, aber gefühlt ist, ja, ist ja, in ein paar Tagen. Also Weihnachten ist ja immer schneller da. Wie sagt man so schön, als Kind sagt man immer, wann ist endlich wieder Weihnachten und als Erwachsener, oh, schon wieder Weihnachten. Das stimmt. Ja, ich war nur gerade irritiert, weil du meintest mit morgen, aber du hast dich natürlich draufgezogen, wann der Podcast rauskommt. Genau. Ja, alles Gute auf jeden Fall an alle Familien da draußen und an alle Mitglieder und die, die hier trainieren und hoffentlich dann demnächst vielleicht auch mal bald hier trainieren. Ja, zwischen den Jahren ist eine gute Zeit. Da kann man ja sonst nicht viel erledigen. Eine gute Zeit für was? Zum Training anfangen oder zum Training gehen. Nicht erst ins neue Jahr schieben, sondern die Vorsätze gleich angreifen und sagen, ach, warum nicht gleich nach Weihnachten? Stimmt. Warum bis zum neuen Jahr warten? Ja, das stimmt. Ja, wir haben ja auch auf, oder? Wir haben auf. Jeden Tag? Ja. Cool. Genau, wir sind ja immer da. Hast du, ja offensichtlich ja ich nicht. Naja, wenn du nicht gerade krank bist, bist du auch immer da. Hast du schon Vorstellungen, was du Weihnachten hier machst als Hohrgott? Ich habe eine Vorstellung, die aber nicht verraten wird, die ist schon eher simpel, aber anstrengend. Also du machst nicht deine Tradition mit dem 30-1, 20-1, 10-1? Nein, das zieht die Leute nicht mehr so an wie früher. Okay, ja meinst du, dass es die Leute früher angezogen haben? Ja, schon einen gewissen Kreis schon. Ich fand es gut. Ich fand es nie gut. Doch, ich habe das einmal mit Deadlifts gemacht, da fand ich es cool. Ja, habe ich auch gemacht. Aber das ist, dann mache ich es lieber mit Squat. Aber das war schon immer, dass du eher Deadlifts magst und ich eher Squatten. Das stimmt. Das hat mir schon immer das Problem. Ja, Thema von der heutigen Folge haben wir halt noch überhaupt nicht gesagt, weil wir auch nicht richtig eins hatten. Aber wir haben gesagt, wir machen so eine richtig kitschige Recap-Folge zum Jahr. Das habe ich zumindest angekündigt letzte Woche, großspurig. Ja. Ich habe noch kurz überlegt, ob vielleicht Kranksein ein gutes Thema wäre für eine Podcast-Folge, weil es ja momentan gerade richtig viele trifft. Und dann habe ich mir gedacht, ach, was will man denn da sagen? Ja, kommt nicht zum Training, wenn ihr krank seid. Aber ansonsten, na gut, dann hau dir ein Recap raus. Was wolltest du denn, was war denn für dich so wichtig? Gemeinsam. Also es war ja wieder ein aufregendes Jahr. Also wir haben ja gedacht, nach 2020 und 2021 und 2022 wird es irgendwie mal ruhiger. Aber es ist ja nicht wirklich ruhiger geworden. Jedes Jahr bringt was und wenn man lang genug dabei ist und lang genug selbstständig ist, weiß man, dass Veränderungen per se erstmal nicht schlecht sind, sondern es ist einfach eine Änderung. Aber es ist immer auch eine Chance auf etwas Neues, etwas Neues zu machen und es geht immer weiter. Das, was wir schon immer gesagt haben, es geht immer irgendwie weiter. Und das ist es ja auch. Und ich habe dann auch überlegt, was war denn heuer alles? Und so rückblickend war schon wieder viel. Also es Jahr hat begonnen, dann waren wir ja ganz viel wieder beschäftigt mit Open und Bundesverband und was weiß ich was alles. Dann waren ja diverse Wettkämpfe. Auch wir waren auf, glaube ich, einem Wettkampf von dir. Ich überlege auch gerade, ich glaube, es war nur einer. Nur bei Reut, oder? Ja. Danach habe ich ja leider versagt. Ja, auf der Deutschen vom Bundesverband waren wir noch. Ja, das stimmt. Da waren wir auch noch. Aber damit war die Wettkampf-Saison quasi relativ kurz. Klar, die Qualifier-Fahrt waren hier schon lang. Ja, ganz kurz. Wir haben noch nur eine Weltmeisterin, aber ansonsten. Das stimmt, aber da waren wir ja nicht dabei, weil uns Kanada dann doch ein bisschen zu weit weg war. Ja, stimmt. Wir haben nur so getan, als wir mit dabei gewesen. Ja. Ja, aber es war schon ein interessantes Jahr. Ich finde es jetzt die Zeit auch gerade irgendwie interessant, irgendwie auch nervig, weil gefühlt sind jetzt sehr, sehr viele erkrankt. Ob Corona oder Grippe, ist ja egal. Aber irgendwer hat uns gesagt, dass zehn Prozent der Deutschen gerade Corona hat. Und es läuft aber ganz normal weiter. Und ich glaube, wo weniger als ein Prozent in Deutschland Corona hatte, mussten wir heute komplett schließen. Und das finde ich jetzt gerade rückblickend schon komisch. Interessant. Wobei man ja sagen muss, da war eher einfach auch die Impfquote nicht die, die sie heute ist. Das nicht. Und man hat auch nicht gewusst, was alles dabei rauskommt. Also den ersten Lockdown kann ich nach wie vor nachvollziehen. Der zweiten mit der Länge bin ich immer noch sehr zwiegespalten, ob das hätte sein müssen, weil es ja schon sehr, sehr viel verändert hat. Ja. Also einen Punkt, der sich jetzt rauskristallisiert hat, der auch zu diesem Jahr passt. Vor Corona nach waren ja die sieben Uhr Morgenstunden brechend voll. Da hat man meistens Parallelstunden. Immer Parallelstunden. Genau, unsere 8.30 Uhr, 9.00 Uhr, 10.00 Uhr ging eher schleppend, ist gar nicht. Und jetzt nach Corona, wo gefühlt mehr Homeoffice ist, sieht man morgens nicht mehr so daran, da wäre es 8.30 Uhr ganz groß. Also ich glaube, dass es einfach verschoben hat, dass die Leute, vorher waren sie von sieben bis acht da, geduscht ins Büro. Und jetzt, denke ich, bringen viele die Kinder in die Schule, Kindergarten um acht, gehen um 8.30 Uhr hier zum Sport und gehen dann daheim ins Homeoffice. Ja. Also das war eine der Veränderungen, die für uns erstmal komisch war, weil wir es uns am Anfang nicht erklären konnten. Und dann jetzt aber durchschaut haben wir, ja, okay, macht das Sinn. Das Leben der Leute hat sich auch geändert. Also nicht nur, dass es für uns ändert, sondern das Leben unserer Mitglieder ändert sich ja auch. Ich finde auch ganz normal, wenn man einfach zum Beispiel Auto fährt, so die Verkehrssituation draußen, das hat sich total geändert zu früher. Es ist gar nicht mehr so diese Berufsverkehrszeiten, wie sie damals waren, sondern die haben sich auch einfach angepasst. Ja, das kriegst du mehr mit. Also kann ja auch sein, dass ich es mir komplett einbilde, aber für mich ist es einfach anders. Ja. Was sich auch geändert hat, dass einfach, glaube ich, der Zahn der Zeit ist. Für uns ist es mühsam bis schwierig, dass früher, AK vor Corona, vor den ganzen Umstellungen, war der Kalender zwei Wochen im Voraus, waren die Stunden eigentlich ausgebucht, weil sie die Leute ihre Plätze gesichert haben und ihr Training zwei Wochen im Voraus geplant haben. Und heute ist es wirklich so, dass wir pro Tag 30 Prozent Fluktuation haben. Also so 15 Prozent tragen sie aus, 15 Prozent tragen sie am selben Tag ein. Ja. Und das ist schon mühsam für uns, weil wir halt nicht wissen, wo braucht es denn mehr Stunden? Müssen wir irgendwo noch eine Stunde dazunehmen? Kann eine andere Stunde weg? Also das ist für uns gerade sehr, sehr mühsam. Aber ich denke, dass das Leben der Leute auch mühsamer ist, dass es nicht Absicht ist, sondern die Leute einfach nur auf das reagieren, was gerade so in der Welt oder bei ihnen passiert. Ja, das denke ich auch. Also zumindest ist es das Feedback, was ich immer bekomme, wenn ich da mal nachfrage. Ja. Also insofern, es sind immer gute Gründe. Es ist nie so, ja gut, wer würde das auch sagen, aber es sind wirklich immer gute Gründe. Dann denke ich mir so, ja, okay, es ist einfach eine Response auf dieses Chaos. Aber gab es früher die Gründe nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht war es einfach alles geregelter, ja. Ja, es war ein starrer Ablauf. Du bist von da und da im Büro und, ja. Aber das wäre sozusagen mein Weihnachtswunsch, dass sich alle wieder ein bisschen frühzeitiger um ihr Training bemühen, weil es ist nicht nur für uns besser und entspannter, es ist auch für euch besser, wenn ihr eure Trainingstermine geplant habt. Dann sagt ihr sie nicht so leicht ab und habt mehr eine Struktur drin und kommt regelmäßiger und damit gibt es auch mehr Erfolge. Also ich finde rückblickend auf dieses Jahr kann man ganz, was mir besonders aufgefallen ist, ist einfach, dass wir viel internationaler geworden sind. Das stimmt. Das finde ich cool. Also wir haben wirklich so viele verschiedene Leute jetzt hier im Training und einfach auch die Tatsache, gut, liegt natürlich viel am Guy, dass der seine Stunden auf Englisch hält, aber mir gefällt diese Diversität in den Gruppenstunden und einfach so auch teilweise, wer schreibt und sich meldet und einfach auch, wir hatten auch so witzige Drop-in-Leute hier. Gut, die hat man immer jedes Jahr, aber dieses Jahr fand ich es nochmal besonders hervorzuheben gewesen. Ja, ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. Ja, ich glaube auch, das ist mir aufgefallen mit dem Internationaler und dass es jetzt für die Leute auch völlig selbstverständlich ist, wenn man eine Stunde auf Englisch ist oder so und auch für einen Coach ist, wenn wir jetzt dann jemanden drin haben, der eben nicht deutscher Muttersprachler ist und da muss ich sagen, ziehe ich auch den Hut vor den Leuten, weil es sagt eigentlich jeder, wenn jetzt nicht der Guy die Stunde hält, der ja noch kein Deutsch kann, sondern es auf Englisch macht, aber wenn es jemand von uns deutschsprachigen Coaches macht, dass wir es immer erst auf Deutsch erklären sollen, weil sie mit der Zeit auch Deutsch lernen wollen. Dass sie es gar nicht wollen, dass man ihnen alles sofort auf Englisch hinwirft, weil sie nie die Chance haben. Ich habe mit vielen gesprochen, die jetzt in München wohnen, zum Teil schon seit Jahren, nicht deutsche Muttersprache haben, in der Arbeit dann nur Englisch sprechen, weil da alles Englischsprachig ist und sie deswegen nie die Chance haben, mit Deutsch zu üben. Und dass sie es dann gut finden, dass wir es hier in einer normalen Stunde zuerst auf Deutsch erklären und wenn sie es dann nicht verstanden haben, noch mehr auf Englisch. Und ich finde es auch toll, dass die Leute sich auch versuchen zu integrieren, das ist dort ein starkes Wort, aber dass sie versuchen auch die Sprache zu lernen, wo sie wohnen. Also was mir gerade eingefallen ist, wenn wir jetzt so zu Weihnachten eine Recap-Folge machen, was machen wir dann eigentlich zur Silvester-Folge? Da schauen wir voraus, ins neue Jahr. Ach so. Was wir so an Plänen haben und dass es neue Stunden gibt und so weiter. Das wollte ich dich nämlich jetzt gerade fragen. Dann darf ich dich das jetzt gar nicht fragen. Nein, das gibt es dann in der nächsten Folge. Okay. Weißt du, man muss ja mit so Cliffhanger arbeiten. So, gerade eben reden wir noch von so Internationalität und jetzt haust du so ein typisch Deutschen raus. Naja, so ganz verbergen kann man es ja nicht. Also find ich jetzt nicht, also meinst du diese Struktur? Ja, ja, dass ich jetzt keine Frage stellen darf, die nicht zum Thema passt. Genau. Du kannst schon eine Frage stellen, dann kriegst du keine Antwort. Aber ich krieg keine Antwort, ja, alles klar. Ja, schade. Ja, wie war jetzt rückblickend dein Jahr? Du hast ja bis zu dem Calisthenics-Weckkampf in Bayreuth, warst du da stark dahinter? Ja, bin ich jetzt auch immer noch weiter dahinter. Ich bin jetzt nur einfach die, ja, einfach eine gewisse Zeit gehabt, wo ich jetzt nicht so zum Training gekommen bin, wie ich hätte zum Training kommen wollen. Macht aber nichts. Ich habe mich einfach auf andere Sachen fokussiert, viel Handstand gemacht und ein bisschen weniger Weighted Calisthenics. Ja, und jetzt habe ich schon, also ich habe jetzt richtig Lust, vor allem zwischen Feiertagen, wenn ich nicht hoffentlich wieder, also das heißt, ich werde jetzt einfach nicht nochmal krank, aber habe ich jetzt schon Lust, richtig einmal angreifen und habe jetzt viel Zeit bis zum nächsten Wettkampf, die Werte schön auf Vordermann bringen. Ich habe jetzt, ja, meine Dip-Rechnung ist auf jeden Fall noch offen und für nächstes Jahr einarmigen Handstand habe ich mir zum Ziel gesetzt. Es ist jetzt, es ist eigentlich auch das erste Mal, dass ich jetzt so ausspreche, aber mache jetzt auch extra, weil wenn ich es ausspreche, genau, holen wir sozusagen diesen Pressure ein bisschen ins Haus. Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal so Bock auf, was heißt nochmal überhaupt mal so Bock auf Handstandtraining habe, weil ich habe es zwar einmal gemacht, aber es war nie so ein Bombenziel von mir, dass ich gesagt habe, so hey, wow, Handstandtraining, das macht mir mehr Spaß als alles andere und es gibt bestimmt auch Dinge, die mir immer noch mehr Spaß machen als Handstand, aber es ist jetzt schon echt wichtig geworden in meinem Training und da habe ich jetzt Bock zu, weil ursprünglich habe ich jetzt einfach ein bisschen mit rumgespielt mit, einfach ein bisschen Gewicht verschieben, einfach so, ja, auf der einen Hand zu stehen und die andere, so die Finger einfach so ein bisschen aufzustellen und es geht immer leichter, kann ich eigentlich in jeder Trainingssession machen, beziehungsweise jetzt nach dem Kranksein habe ich es gestern probiert, ich konnte überhaupt gar nicht hochschwingen, also ich hoffe, nächste Woche ist es dann wieder was anderes, aber ja, es hat mich irgendwie jetzt motiviert, also ich sage so, hey, nächstes Jahr muss die Hand ganz weg. Okay, cool. Ja, ich bock drauf. Bei mir merke ich jetzt, wir machen jetzt ja, sagen wir mal vier Monate dieses Programm. Positionsprogramm, genau. Und ich merke jetzt langsam, ich will jetzt wieder mal was mit Langhandel oder einfach wieder was machen, also wieder trainieren, weil dieses, das war jetzt genau richtig, auch dieses, ich sage mal, Low Impact, viel Bewegungsoptionen, viel Positionsarbeit war genau richtig, aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt muss mir wieder auch einen Kraftreiz her. Also, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ich merke jetzt schon, dass ich lang keine Handel in der Hand gehabt habe, also wenn man dann mal so am Arm hinfasst, denkt man, da waren meine Muskeln und so, also das nimmt dann schon auch ab, ich weiß aber, es macht mir keinen Stress, weil ich weiß, es kommt wieder, ich muss nur wieder anfangen, dann ist es wieder da. Aber ich merke, diese vier Monate hat es anscheinend gebraucht, um sozusagen diesen Drive und dieses Feuer wieder anzufachen, hey, jetzt wieder mal, Anführungsstrichen, richtig trainieren. Ja, und ich glaube, das hat jetzt auch einmal seine Zeit gebraucht, deswegen haben wir es ja auch gemacht, jetzt sind die Positionen da und jetzt kann man da, denke ich, auch wieder einen sicheren Reiz drauf geben und dann wirst du auch wieder richtig Bock am Training haben. Ja, das ist auf jeden Fall so der Plan. Podcast-technisch, ich glaube, das ist jetzt die Folge 67 oder so in diesem Jahr, also haben wir die 55, glaube ich, vom letzten Jahr ganz gut übertroffen, also wir haben dieses Jahr mehr Podcasts aufgenommen als letztes Jahr. Okay. Was mir nicht so vorkommt. Mir auch nicht. Lustigerweise, ich habe das Gefühl gehabt, letztes Jahr war es mehr, aber da haben wir auch die Regelmäßigkeit behalten, mit meinem kurzen Einsatz letztes Wochenende zwei Minuten selber was aufzunehmen, aber einfach, um da dran zu bleiben. Es waren gar nicht zwei Minuten, Markus, es war eine Minute und das hättest du ruhig ein bisschen länger machen können. Ja, aber das war schwierig genug an dem Tag. Kann ich mir vorstellen. Mit dem, es muss was raus und dann mach was. Ja, ursprünglich hast du ja dann gedacht, du nimmst beim Kissen noch einen auf, gell? Genau, wollte ich ja an dem Freitag, wo er dann den positiven Test gehabt hat und dann ging es nicht. Und dann hat sich auch keiner so schnell gefunden in der Box. Ich habe Pelleuk gefragt und die zieren sich aber vor der Kamera. Ja, jetzt hat er halt Audio-Only gemacht. Ja, aber das ist ja auch, wenn man gewohnt ist, uns zu sehen. Da muss man mal den Namen geben, wer sich da geziert hat, den lade ich nochmal extra ein. Ja, machen wir aber nicht hier, sondern... Nee, da wird... Wobei eigentlich, normal sage ich immer, dissen nur mit Namen. Das war eine Gedissen, ich habe nur gesagt, sie haben sich nicht getraut, was ja fair ist. Wenn ich sie frage, können sie auch nein sagen. Ja, podcasttechnisch bin ich immer noch sehr überrascht, dass wir so, ja, wöchentlich tatsächlich durchziehen. Aber ich glaube, brauchen wir jetzt wirklich echt nicht mehr überrascht sein. Das ist jetzt nur, ja, einfach so eine alte Angewohnheit, das noch zu sagen, weil der Termin, das kriegen wir echt... Also normalerweise, wenn keiner krank ist, ganz gut hin, bin ich auch immer noch stolz drauf. Ja. Nächstes Jahr müssen wir auf jeden Fall... Darf ich das überhaupt jetzt sagen? Wenn es jetzt keine... Du kannst es ja. Es ist jetzt nichts. Ja, auf jeden Fall das jetzt durchziehen, dass wir wieder mehr Gäste reinnehmen. Ja. Das wäre cool. Aber ich glaube, das geht auch. Also, wäre ein guter Plan. Also, wer auch von unseren Mitgliedern zuhört und sich denkt, Mensch, ich habe auch eine interessante Geschichte, könnt ihr euch gerne bewerben. Die Jassi ist dann das Auswahlverfahren. Ach, das ist doch gemein. Warum soll denn ich das Auswahlverfahren sein? Ja, weil du der Host bist. Du bist die Chefin. Ich bin ja der Schneidersklave. Ja, das stimmt. Es ist auch immer das Gemeine, dass so viele Leute, ich muss das nochmal sagen, so viele Leute immer denken, dass ich die Vlogs schneide, nur weil ich das meiste Videomaterial sammle und halt immer dann irgendwie versuche zu erzählen oder synchron spreche, was da im Vlog gerade so passiert. Dann wirkt es natürlich manchmal so, als hätte ich das Ding geschnitten und nichts könnte ferner von der Wahrheit sein. Also, nochmal an alle da draußen, das macht wirklich der Marco. Das Einzige, was ich mache, ist das Videomaterial meistens sammeln. Und nochmal drüber schauen, dass mir keine Fehler passieren. Ja, natürlich. Aber das ist auch klar, du hängst, du schaust es dir so oft an, dann irgendwann... Da fallen dir die Sachen nicht mehr auf oder du siehst in Videos, sieht es meinen Blick auf andere Sachen, wie dein Blick hingeht. Ja, voll. Das ist auch was, was wir dieses Jahr durchgezogen haben. Ich glaube, jede Woche einen Vlog. Ja. Wobei, da schon mal ein kleiner Spoiler-Alert, das wird sich nächstes Jahr wahrscheinlich ändern. Ja. Ja. Da haben wir schon ein paar andere Ideen. Das gibt es dann nächste Woche. Ach so. Ja, okay. Okay, jetzt sage ich, dann sage ich wirklich nichts. Nein, nein, das ist ja in Ordnung. Aber wir entwickeln uns da auch weiter, denke ich. Ja. Ja, ich würde sagen, wie lange Quatsch macht schon, naja, gar nicht mal so lange, 20 Minuten circa. Nö, geht noch ein bisschen was. Wolltest du noch was zum Recap loswerden? Was haben wir denn zum Recap noch? Wir haben jetzt uns, den Podcast, die Vlogs. Wir sind halt voll aus der Übung, weil wir jetzt drei Wochen nicht gepodcastet haben. Ja, wir zwei vor allem nicht. Ja. Ja. Aber ihr könnt vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wie euch das neue Setup gefällt, weil wir sitzen jetzt ein bisschen weiter von der Wand weg, damit wir nicht mehr ganz so... gesquished ausschauen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man es direkt sieht. Das ist das erste Mal. Also das heißt, ich sehe auch beim Schneiden erst, wie es dann wirklich wirkt. Ach so. Aber werden wir sehen. Irgendwer wird es schon kommentieren. Oder halt auch überhaupt nicht. Weil es keinem auffällt. Nee, natürlich nicht, wenn wir es nicht gesagt hätten. Mir würde es auch nicht auffallen. Nee. Aber ich bin auch kein Podcast-Schauer. Mir ist es dann tatsächlich aufgefallen, weil ich schon ein bisschen anders gesessen bin, wo ich allein war, dass es tatsächlich anders ausgeschaut hat. Und ich habe dann selber gedacht, obwohl ich es ja selber aufgenommen habe, ich sitze vor einer Greenscreen. Wie als wenn das hinten computertechnisch rein montiert wäre. Aber ich habe es selber aufgenommen. Schaue mir das Video an und denke mir, hey, der sitzt vor einer Greenscreen. Dabei bin ich selber. Also ganz schräg. Manchmal stimmt mit mir was nicht. Das sagst du jetzt erst. Ja, nee. Ich bin gespannt, ob es einfach vielleicht ein bisschen größer ausschaut. Also ich finde, wenn ich jetzt hier sitze, fühle ich mich tatsächlich ein bisschen verloren. Weil es ist irgendwie so viel größer. Ich meine, der Raum ist natürlich der gleiche, aber ich finde, gefühlt wirkt er größer, weil wir nicht mehr so nah da dran sitzen. Oder ist es einfach, weil wir nicht mehr die Angst haben, die Soundpanels immer runterzuhauen und loszubewegen. Also für mich ist es jetzt angenehmer, weil ich nicht immer irgendwo Angst habe, was abzuräumen. Hast du eigentlich deine Brille wiedergefunden? Nein. Also offensichtlich nicht. Die ist noch verschwunden. Das ist immer noch die 3-Euro-Drogerie-Brille. Das ist ja bitter. Vielleicht taucht sie irgendwann noch auf. Die taucht genau dann auf, wenn du dir eine anständige neue holst. Das befürchte ich leider auch. Aber das ist das Problem vom Januar. Das muss nicht vor Weihnachten sein. Das stimmt. Wo jetzt alles im Einkaufen drin ist. Ja. Sonst. Box haben wir umgestaltet. Die letzten Überreste von Corona haben wir auch entfernt. Die Holzracks an den Wänden. Diesen IP-IPT-Bereich haben wir weggemacht, dass wir jetzt wieder schön viel Platz haben. Also da haben wir auch einiges geleistet. Und das Programming auf elektronisch umgestellt. Genau. Wir haben auch. Das muss ich sagen. Finde ich wiederum eigentlich cool zu sehen, wie viel. Also wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge darüber aufgenommen. Aber einfach zu sehen, wie die ganzen Leute sich jetzt da auch echt engagieren und mit dem Programm engagieren und ihre Results lagen und sowas. Das kann man nicht oft genug hervorheben. Finde ich wirklich richtig toll. Und ich war zum Beispiel am Montag, da hat jemand aus meiner Gymnastikstunde abgesagt, weil derjenige gesehen hat, dass 2K Row an der Tafel steht und wollte unbedingt schauen, dass er seine Zeit schlägt. Und da konnte ich gar nicht beleidigt sein. Ich meine, natürlich habe ich mir gedacht, so ja, okay, was ist los mit dir? Komm mal lieber. Also normalerweise kenne ich es eher andersrum. Die Leute tragen sich aus, weil Rudern drin ist. Aber es hat mich schon echt beeindruckt. Im Nachhinein dachte ich mir so, hey, cool, einfach um zu gucken, ob man die Zeit nochmal schlagen kann. Hut ab. Und er hat sich um 5 Sekunden verbessert. Echt? Ja. Ich habe ihn noch gar nicht gefragt. Also war die Motivation anscheinend auch da. Ich meine, das sieht man ja schon. Wenn man sich eine Stunde austrägt, um in die Stunde zu gehen, nur um das zu testen, dann ist man ja schon motiviert, logischerweise. Ja, voll. War dann auch sehr glücklich hinterher. Erst war kurz ziemlich kaputt und dann war er glücklich. Na, cool. Na, dann hat es auch gelohnt. Ja. Ich denke, in der Box hat sich auch viel verändert. Also das taucht ja bei uns nicht auf, weil für uns ist das ja ganz schnell normal, weil wir jeden Tag da sind. Aber die Leute sagen ja immer scherzhaft, wenn sie mal irgendwie zwei Wochen nicht da waren, finden sie nichts mehr, weil... Ich glaube, das sagen die nicht scherzhaft, sondern das finden die gar nicht cool, Marco. Du freust dich jetzt drüber, aber die finden... Ich freue mich nicht drüber. Ich bin jetzt froh, dass es mal vorbei ist. Also... Das sagst du jedes Jahr. Die letzten Umstellungen waren ja jetzt nicht unbedingt... Also die letzten schon, aber die davor, die großen Umstellungen, waren ja nicht freiwillig. Stimmt. Wir mussten ja eine Lösung finden für 10 Felder, 12 Felder. Da ging es nicht anders. Und ich glaube, wir haben es schon mal angesprochen, dass da nur durch Chris und Guy dann kam, hey, warum tun wir das nicht alles weg? Weil in unseren Köpfen war es so fest drin, dass man sagt, ja stimmt, das ist eigentlich jetzt, können wir wieder eine große Fläche, viel miteinander machen und so weiter. Und das finde ich gut. Also mir gefällt es jetzt so wieder besser, diese große Fläche, wo man viel Sachen machen kann. Ich finde auch, dass zum Trainieren viel geiler ist. Ja, jetzt so Zugstellten. Ja. Das war gut. Was mir manchmal abgeht, ist dieses einzelne Squad-Drag. Weil das war schon sehr praktisch, da einfach mal so hinzulaufen und da einfach irgendwas zu machen. Ja, das gibt es ja jetzt auch. Ja, drüben, aber trotzdem. Irgendwie das ist so das Einzige, wo ich mir im Moment denke, oh, komisch. Dann sollte doch irgendwie eins sein und nee, ist keins mehr. Mir ist gerade noch was eingefallen. Was? Ganz spontan, was ich auch cool finde. Wir haben ja einen unserer Parkplätze zum Radlparkplatz gemacht und die Radlständer hingemacht. Und ich finde es Wahnsinn, der ist auch im Winter am Abend immer voll. Cool. Also es kommen so viele Leute mit dem Radl jetzt. Das ist echt stark, das hätte ich nicht erwartet, dass es wirklich so viele sind, dass dir das auch wirklich lohnt. Sagen, okay, wir machen den Autoparkplatz weg für die Radl, aber das hat sich wirklich gelohnt. Also der wird sehr gut angenommen. Auch jetzt im Winter. Jetzt müssen wir nur noch irgendwann die ganzen Rudergeräte, Asseultbikes und Ski-Erks mit so einem Generator verbinden. Ja, aber dann schränkst du wahrscheinlich die Mobilität ein. Das musst du irgendwie einstecken und damit der Generator Strom erzeugt. Aber wäre schon cool, weil eigentlich wird genügend Power da reingehängt, dass man das irgendwie speichern könnte, weil es ist eine Verschwende der Energie. Ja, hat mich der, hat mich jemand darauf gebracht, der vor ein paar Tagen reingelaufen ist. Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Und die Führerei hat gesagt, oh, was macht ihr da? Radl fahren? Ja, tut ihr das nicht irgendwie abspeichern? Naja. Und ich so, nö. Das ist eine schnelle Idee eigentlich. Baue halt du was. Ja, könnte ich eigentlich machen, hat er gesagt. Cool wäre es auf alle Fälle, dass immer am Abend müssen, keine Ahnung, drei Bikes oder so, drei Rudergeräte belegt sein, damit das Licht anbleibt. Ja, oder die raden dann einfach extra nicht, damit es dunkel wird. Ja, kann man. Dann können wir mal einen Julius fragen, der könnte sowas. Ja, wahrscheinlich. Dass ein Radl das immer dann Bitcoin meint, während man radelt. Ja, das wäre stark. Das haben wir auch eingeführt heuer, dass man Bitcoin zahlen kann. Ja, bin ich gespannt, wo da die Reise in den nächsten Monaten, Jahren noch hingeht mit den Bitcoins. Das wird auch spannend. Zumindest haben wir die Infrastruktur geschaffen. Ja. Da sind wir zumindest drauf vorbereitet. Ja, wenn man sich das so überlegt, ist schon mal einiges los in so einem Jahr, gell? Es fällt einem erstmal nicht so offensichtlich ein, aber wenn man dann darüber spricht. Definitiv. Der Mobility-Raum ist wieder offen. Und es hat halt in der ganzen Zeit nicht eine einzige Person gespielt mit der Wii. Das stimmt. Im allerersten Vlog, verlinke ich euch oben, haben wir Wii-Tennis gespielt. Und keiner hat es genutzt. Ja, das war ein bisschen schade. Das stimmt. Aber wir haben auch nicht gespielt. Brauchen wir gar nicht so daherreden. Naja, weil jetzt kann man ja zwischen den Jahren, willst du sicher eine Revanche. Ja. Weil du hast ja verloren. Ja, natürlich wirkst du halt noch dreimal rein. Ja, ja. Den einen Erfolg, den ich hatte in 2023, den muss ich breit treten. Ja, vielleicht übe ich ja heimlich. Dann können wir es nochmal machen. Aber was wir tatsächlich machen könnten, wir könnten nochmal die Tischtennisplätze rausziehen, weil die war ja immer auch schon sehr beliebt gerade zwischen den Jahren. Können wir da vielleicht nochmal ein bisschen spielen mit den Leuten. Das stimmt. Im Open Gym mal diverse Matches. Ja, irgendwie so. Weihnachtsfeier hättet ihr das auch machen können. Habt ihr nicht, oder? Nö. Schade. Ja, aber Weihnachtsfeier war ja wahnsinnig viel los. Du hast es ja leider verpasst. Aber im Blog wahrscheinlich gesehen. Aber danach war schon relativ, also schnell, Leute, Plätzchen und noch hier und da. Viertel der Stunde reden und dann waren die meisten aber relativ zügig wieder weg. Ich glaube, dass die meisten gerade um Weihnachten rundum so ein straffes Programm haben. Wie viele waren denn da, genau? Also wir haben das Workout so geplant, dass es sieben Teams, sieben Leute sind, also 49. Wow. Und 48 waren da. Also hat fast genau funktioniert. Krass. Ja. Und zuerst gedacht, es wird vielleicht ein bisschen chaotisch, aber es lief eigentlich ganz rund ab. Was hast du denn für ein Workout gemacht? Wir haben gemacht, anhand der sieben Teams gab es acht Stationen, also drei Kalio-Geräte und drei andere Übungen, wo man durchrotiert ist. Immer 50 Sekunden arbeiten, 10 Sekunden Stationswechsel. Und die achte Station, die achte Minute war dann, synchrone Burpees machen als Team. Das Ganze für fünf Runden. Okay. Dann habe ich ja wirklich sehr viel verpasst. Ja. Schade. Ja, aber das war lustig. Ich meine, ihr kennt jetzt ja den Maxi aus dem Podcast. Und der war natürlich dann Teamleader als alter Offizier und hat dann schon Zug drin gehabt in seiner Truppe und immer angesagt, was, wann, wie, wo und so. Das kann ich mir vorstellen. Da merkt man es dann schon. Und man sieht auch in so einer Gruppe, dass es so jemand auch braucht. Ja, ja, klar. Also es braucht man denjenigen, der sagt, wo es lang geht. Das hatten wir ja früher auch immer, dass jeder Coach ein Team hatte. Das war eigentlich auch mal ganz cool. Ja, aber wir waren ja nicht mehr so viele Coaches, weil die Hälfte ja krank war. Stimmt. Kleines Problem. Die sollten dann schon auch da sein. Ja, genau. Ja, aber gut, wir haben ja Mitglieder, die uns würdig vertreten. Das stimmt. Dafür haben wir unsere Offiziere ja. Ja. Na gut. Fällt dir jetzt noch was ein? Zum Thema Recap? Nee, eigentlich. Ich denke, ja, haben wir eigentlich ganz gut. Wenn wir dann Schluss gemacht haben, dann fallen uns garantiert noch zehn Sachen ein. Also, dass sie Angelika Weltmeisterin geworden ist, denke ich, kann man auf jeden Fall nochmal hervorheben. Das ist schon sensationell. Wann hat man das? Nicht so oft. Die muss noch in unserer Hall of Fame unterschreiben. Ja, da ziert sie sich noch ein bisschen, glaube ich. Schade. Aber wenn man Weltmeister ist, dann darf man da unterschreiben. Also für diejenigen, die es nicht wissen, unsere Hall of Fame, die ist im Mobility-Raum. Da haben Menschen unterschrieben. Was haben wir zur Regel gemacht? Deutsche Meister, Games-Teilnehmer. Olympiateilnehmer. Olympiateilnehmer. Also solche Sachen halt, die dürfen dann da in der Hall of Fame unterschreiben. Carey Pierce hat da schon unterschrieben. Tommy Heckenbrook hat da schon unterschrieben. Marco Spaniel. Ach, stimmt. Ja, genau. Alter Gewichtheber. Adrian Munweiler. Genau, und seine Freundin auch. Games-Athlet. Tommy Heckenbrook hat geschrieben, er ihm gefällt die Musik. Ja, da war er mit dir eine Stunde wach. Ja, natürlich. Ja, das war cool. Das war richtig cool. Und ja, hast du nicht gesagt, dass der immer Weihnachten so rum in München ist? Ja, der wollte, ich glaube, 21 oder 22 kommen, aber mit Corona war das, glaube ich, irgendwie unmöglich. Ich glaube, der hat dann auch den Job gewechselt, aber ich bin an ihm dran, dass er nochmal kommt, weil dann muss er auf alle Fälle im Podcast. Oh, das wäre so krass. Das macht er. Ja, klar. Das wäre richtig cool. Da würde ich mich echt drauf freuen. Ja. Müssen wir halt eine Folge auf Englisch machen, aber ich weiß nicht, ob der Deutsch spricht. Nö. Okay. Aber Deutsch ist Biermager. Ja, okay. Stell mir mal eins hin. Das ist gar kein Problem. Dann geht das schon mit dem Deutsch. Ja. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, haut uns eine Bewertung auf Spotify rein oder Apple Podcast. Ihr könnt auch die einzelne Folge bei Spotify bewerten. Bei YouTube freuen wir uns auf ein Follow oder Daumen hoch oder Kommentar oder was auch immer. Und wenn ihr noch Feedback an uns habt, weil nächste Folge wollen wir ja ein bisschen dann erzählen, was wir nächstes Jahr so machen. Genau, in die Zugriff blicken. Und das ist natürlich eine hervorragende Gelegenheit dann, dass wir uns Ideen herhauen können. Also ich habe ja schon in der Umfrage sehr, sehr viele coole Ideen und Feedback von euch bekommen, was wir so an Social Media Content nächstes Jahr machen können. Da waren zum Beispiel Ideen mit dabei. Nächste Folge. Ja, ist ja gut. Das hat jetzt nicht lange gedauert, was ich sagen wollte. Du wolltest jetzt doch die Idee ausplaudern. Naja, auf jeden Fall. Ich freue mich über Ideen. Ist ja gut. Wie in jeder guten Serie muss man einen Cliffhanger machen, damit die Leute dann die nächste Folge gleich auch wieder anschauen. Ich finde, das ist so overrated. Wenn ich Netflix oder so schaue, ich will, dass das ein anständiges Ende hat und dann will ich meine nächste Folge wieder frisch schauen können. Also außer es ist wieder irgendwie so eine Sendung, wo du sagst, da kannst du alles im Nachhinein gucken, weil schon alles draußen ist. Ja, und dann ist es aber meistens so, dass dann am Ende von der Staffel Monster Cliffhanger ist und man dann weiß, man muss eineinhalb Jahre warten. Ja, oder noch viel besser, es wird dann einfach nicht erneuert. Genau. Das war es dann. Das ist das Allerschlimmste. Ja, aber gut, wir sind halt leider noch nicht auf Netflix-Niveau. Noch nicht. Ja. Ja gut, Freunde, dann war es das für heute. Bis nächste Woche. Ciao. 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 Ciao.